Mein Name ist Alexander Lochmann. Ich begleite Dich durch dieses Schulungsvideo und zeige Dir, wie einfach es ist, im Exocut-Modul Model Creator ein digitales Implantatmodell für einen anschließenden 3D-Druck zu erstellen. Die von NT Trading gedownloadeten Datenbanken hinein. In einem solchen Fall meldet der Model Creator automatisch eine unzureichende Modellhöhe, da dieser eine entsprechende Einbringung berücksichtigt. Und für die von NT Trading gelieferten einschraubbaren zweiteiligen Modellanalogen eine sichere und rotationsfreie Indexierung geschaffen. Sohn Untertitelung des ZDF, 2020